Aktuell gerade ein schwerer Hagelsturm. Ich bin hier fort. Der Tisch ist gleich hergeräumt. Neu! Oh, man geht umgekippt. Das geht gar nicht. Aber jetzt sind die 31 Grad, sind nur noch 25 Grad oder so. Wie das Pack aussieht, haben wir drinnen nachher auch noch was vom Regen. Ja, scheiße.